Hallo und ganz recht herzlich willkommen im Schultüten-Onlineshop, dem Zuckertütenparadies in Leipzig. Wussten Sie, dass die Tradition der Schultüten oder auch Zuckertüten genannt bis ins 19. Jahrhundert zurückgeht? Und auch bis heute versüßt natürlich eine Zuckertüte den Kindern in Deutschland den Weg in die Schule. Und jetzt kommt's. Der Anfang war genau hier in Leipzig um 1836. Den Kindern erzählte man damals, dass im Haus des Lehres ein Schultütenbaum wächst. Und wenn die Schultüten groß genug sind, war es höchste Zeit für die Kinder in die Schule zu kommen. Heute geht es bei den Schultüten natürlich nicht nur um die süßen Geschenke, sondern auch darum, den Kindern mit ihren neuen Schulsachen eine Freude zu bereiten. Bei uns gibt es alles rund um ihre Schultüte. Und das Beste daran ist, wir packen ihre Schultüte auch noch fix und fertig zusammen. Musik 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 Musik